Hi und willkommen bei Westmünsterland BBQ. Heute wird es richtig gut. Wir machen mal wieder was aus dem Dutch Oven. Wir machen was mit ordentlich Fleisch, mit richtig vielen Zwiebeln, ein bisschen Rauchgeschmack und das Ganze gar nicht mal so lange. Wir machen einen Zwiebel Pulled Pork und das wird richtig gut. Freut euch drauf. Die Zutaten seht ihr wie immer in meiner Videobeschreibung unten, da wo hier Aufklappen steht. Einfach mal drauf drücken. Da seht ihr dann alles Nötige, was ihr braucht. Ansonsten natürlich auch im Video. Grundlage des Ganzen ist ein schönes Stück Schweinenacken. Vom regionalen Landschwein richtig schöne Sache. Und das dürfte echt gut werden. Sucht euch eine einigermaßen vernünftige Fleischqualität. Das hier ist schon eine sehr gute Fleischqualität. Aber einigermaßen ist auch okay, glaube ich. Nur nicht halt das allergünstigste. Ich glaube gerade beim Pulled Pork merkt man das einfach, dass dann möglicherweise der Saft so ein bisschen fehlt. Die Saftigkeit, weil einfach zu wenig Fettfleisch dran ist. Fett ist also nicht ganz unwichtig. Von daher, das sieht jetzt so aus. Und ja, ist ein schönes Ding. Von der Fleischerei Laschke aus Heeg. Und das werden wir jetzt lecker erstmal ein bisschen würzen. Dazu gibt es mal eine kleine Symbiose aus Bobby von 030 BBQ und von mir. Wir nehmen nämlich beide Rubs. Ihr könnt letzten Endes das Ganze auch anders machen. Aber das hier ist, glaube ich, eine ziemlich gute Möglichkeit. Weil wir das Ganze nicht im Smoker machen, sondern im Dutch Oven haben wir logischerweise auch erstmal keinen Rauchgeschmack. Hier in Berliner Schnauze ist auf jeden Fall Rauch mit drin. Das ist ein Pfeffer-Salz-Mix. Beides mit Rauch. Und hier bei mir, der Central Pork, ist natürlich bekannter Rub für genau solche Sachen ideal. Und ja, den werden wir ein bisschen zusammen aufs Fleisch draufgeben. Und ich denke, das wird schon echt gut schmecken. Und dazu die Schale, die wir brauchen. Gegebenenfalls tut es auch direkt die Frischhaltefolie. Wir wickeln es ja nachher sowieso ein. Aber erstmal hier ein bisschen was von dem Pfeffer drauf. Auch nicht unbedingt geizig sein. Es riecht jetzt schon echt gut nach Rauch. Und das wird natürlich jetzt schön ins Fleisch einziehen. Boah, dann drücke ich bis hier. Das ist echt enorm. Das riecht gut. Dann haben wir nachher wirklich, wirklich schön viel Rauch dran. Zack. Und dann meinen einfach drüber. So, die richtige Menge ist ungefähr das, was drauf bleibt. Klingt ein bisschen komisch, aber ist so. Dadurch, dass wir erstmal nur oberflächlich würzen, kann er natürlich schon erstmal ein bisschen Gewürz dran. Das zieht da ein bisschen in das Fleisch ein. So, ist das gut. Dann haben wir ein bisschen Frischhaltefolie. Die rollen wir jetzt etwas aus. Boah, ich freue mich da jetzt schon drauf, ey. Wird echt eine feine Sache, glaube ich. Ich glaube es auch, das wird richtig lecker. Jetzt einfach ein paar Mal einwickeln, sodass es insgesamt einigermaßen dicht ist. So haben wir unser gutes Stückchen Fleisch jetzt eingepackt. Und ja, jetzt geben wir es in den Kühlschrank. Wir lassen es für 24 Stunden richtig schön ziehen. Letzten Endes würde wahrscheinlich auch über Nacht reichen. Aber 24 Stunden ist natürlich noch besser, damit das Ganze richtig schön ins Fleisch einziehen kann. Und ja, ich freue mich schon auf morgen, wenn es dann endlich weiter geht. Bis denn. Und heute, einen Tag später, ziemlich genau einen Tag später, haben wir unser Fleisch hier liegen. Bei Betrachten des Dutch Ovens ist mir aufgefallen, man hätte vielleicht noch ein größeres Stück nehmen können. Aber soll ja auch nichts weggeschmissen werden. Und von daher, wir essen das heute Abend. Und Reste können wir immer noch einfrieren. Gut, hätte man bei einem größeren auch machen können. Aber egal. Wir haben jetzt diese Größe. Wir haben dazu noch einiges an Zwiebeln. Die müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen klein schneiden. Der Dutch Oven oder die Kohlen für den Dutch Oven werden schon gerade vorgeheizt. Darum, wenn es hier noch ein bisschen schleierig ist, liegt nicht an eurem Handy oder am PC. Sondern daran, dass ich den Anzündkamin gerade hier drin stehen hatte. Dann dachten wir, nee, man sieht mich kaum noch. Wir stellen die doch besser woanders hin. So, die Zwiebeln, die werden wir jetzt erstmal schneiden, halbieren und dann in Ringe. Das waren jetzt vier Zwiebeln und die stellen wir dann erstmal zur Seite. Die Kohlen sind jetzt auch soweit so gut. Knoblauch schneiden wir gleich noch. Haben wir noch Zeit, während die Zwiebeln erstmal ein bisschen anbrutscheln. Und ich hole mal den Anzündkamin. So, die Kohlen sind ordentlich vorgeglüht. Jetzt bereiten wir mal hier alles vor, dafür, dass wir eine hohe Hitze erstmal haben im Dutch Oven. Boah, das Loch. Unseren Dutch Oven jetzt hier mal drauf. Zack. Und den lassen wir jetzt erstmal schön heiß werden. Deckel können wir so lange zur Seite geben. Wenn der Dutch Oven jetzt vorgeheizt ist, geben wir etwas Öl hinein. Nehmt da einfach ein stinknormales Sonnenblumenöl oder was auch immer. Dann packen wir mal unser Fleisch aus. Und dann braten wir das erstmal ein bisschen an. Sonst wird das immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen lasch von außen. Und wenn man doch ein bisschen Röstaromen haben will, dann kann man das ruhig vorher mal eben in den Dutch Oven legen und einmal ein bisschen anbraten. Man könnte es rein theoretisch auch auf dem Grill machen oder auf dem Smoker. Das ist letzten Endes egal. Aber wir arbeiten heute mit dem Dutch Oven, also reicht auch der Dutch Oven. Boah, das riecht richtig gut. Und dann mal rein damit. In der Zwischenzeit nehmen wir uns einfach noch ein paar Knoblauchzehen. Ups, eine weniger. Und die schneiden wir dann einfach klein in feine Ringe. Können wir dann nachher, wenn die Zwiebeln angebraten sind, auch direkt mit reingeben. Einfach grob so ein paar Scheibchen runterschneiden. Schauen wir uns schon mal unser Fleisch an. Ja, bisschen Röstaromen. Ja, ein bisschen mehr kann noch ruhig. So, haben wir es jetzt rundherum ein wenig angebraten. Und jetzt nehmen wir es mal raus. Und wir parken das mal eben hier. An der arbeitet, artet in Arbeit aus. Zurück. Jetzt haben wir hier natürlich noch schön das Fett mit den ganzen Röstaromen drin. Das ist natürlich purer Geschmack und das duftet so herrlich. Und hier gehen wir jetzt mal so die Hälfte der Zwiebeln rein. So, und den verpassen wir jetzt auch erst mal ein bisschen Röstaromen. Ein bisschen Farbe. Nach ganz kurzer Zeit kriegen die schon durch den Sud richtig schön Farbe. Oh, und das duftet so gut. Das duftet so fantastisch. Ich kriege schon richtig Durst wieder. Ich auch. Das heißt? Wir trinken Bier. Richtig. Ich habe ja hier schon drei Bier stehen. Also eins zum Kochen und zwei für die Köche. Von daher. Ich hole mir mal jetzt ab. Okay. Wieder mit deiner Hand. Gut. Prost. Prost. Prost, Leute. Und die sehen schon so gut aus, die Zwiebeln. So, jetzt geben wir ein bisschen Knoblauch mit rein. Ich habe da noch eine Zehe mehr genommen. Fand ich irgendwie passender. Ja. Knoblauch passt immer. Also vier Zehen. So, nur kurz den Knoblauch mit anbraten. Dann als nächstes braten wir ein bisschen Senf mit an. Gibt nachher auch noch eine schöne Farbe der Soße. So, und natürlich einen super Geschmack. Da hauen wir mal so drei Teelöffel rein. Verrühren das Ganze mal kurz. So, da haben wir jetzt noch ein bisschen Apfelessig. Da geben wir so ein Schüsschen mit rein. Gibt also auch einen super Geschmack. Den Essig balancieren wir so ein bisschen aus mit Honig. Einfach so ein Spritzer da drüber. Was für ein Duft, ey. Unglaublich. Das Ganze löschen wir jetzt ab. Mit Rinderfond. Flop und etwas Bier. Behaltet euch auf jeden Fall noch ein bisschen Rinderfond über. Also ich habe da noch genug. So, jetzt setzen wir unser Fleisch wieder rein. Und jetzt kommen die anderen Zwiebeln außenrum. Und oben drüber. So, und die geben jetzt auch zusätzlich noch ein bisschen Flüssigkeit. Was bei den Angebrutschelten schon weg ist, bringen die jetzt. Ja, ein bisschen Flüssigkeit geben wir noch rein. Damit die Zwiebeln nicht zu schnell verbrennen. Die restlichen Kohlen habe ich schon, damit sie nicht so im Anzündkamin verballern. Hier mal auf den Deckel getan. Ist der auch schon mal etwas vorgewärmt. So. Deckel zu. Mal gucken. Könnte ein bisschen heiß sein. Das Ganze jetzt mal mit ein bisschen weniger Kohlen von unten drunter. Nehmen wir jetzt mal so unten sechs, sieben Kohlen. Hier oben geben wir noch ein bisschen was drauf. Wir müssen nachher sowieso noch mal nachladen. Sprich noch mal, wenn die hier weg sind, vielleicht so eine Stunde noch mal eine Charge drauflegen. Und hier unten schieben wir jetzt einfach ein paar drunter. So, dass es leicht brutschelt. Also es muss nicht kochen wie bekloppt. Müsst ihr so ein bisschen hören. Einfach, also ich gehe da jetzt nie danach, so nach dem Verhältnis, ja unten so und so viel, oben so und so viele. Ein bisschen gesünder am Menschenverstand. Ein bisschen zuhören, was so die Flüssigkeit im Inneren sagt. Wenn die leicht brutschelt, ist es absolut in Ordnung, absolut richtig. Und wenn das kocht, wie verrückt dann, nehmt einfach ein bisschen was unten weg. So. Das Ganze lassen wir jetzt circa drei Stunden drin. Wir stecken nachher noch mal einen Kernthermometer rein. Zwischendurch auch unbedingt noch mal nachgucken, ob die Temperatur noch passt. Also nicht die Temperatur, sondern die Flüssigkeit passt. Nicht, dass es komplett trocken ist. Und ja, Kerntemperatur, Zielkerntemperatur ist so 93 Grad ungefähr. Meinetwegen auch 95. Und ja, jetzt warten wir erst mal ab. Also ich denke mal so circa drei Stunden wird es dauern. So, jetzt sind es genau drei Stunden und wir sind fertig. André, komm mal mit der Kamera ran. Dann machen wir mal den Deckel auf. Und es brutschelt immer, noch, ich musste tatsächlich noch mal, ja was heißt tatsächlich, also ich musste noch mal Kohlen nachlegen. So. Und jetzt sieht es doch schon echt megamäßig gut aus. Und dann nehmen wir das Fleischstückchen mal raus. Gehen wir einfach hier wieder rein in die Schale. Da können wir es auch gut ein bisschen drin zupfen. So, wir haben jetzt übrigens gar nicht mal so sehr nach der Kerntemperatur geachtet, sondern tatsächlich so ein bisschen mehr nach Zeit. Weil irgendwie mein Kernthermometer auch mir den größten Unsinn angezeigt hat. Aber ich habe mal so getippt und es müsste also mega weich sein. Wir zerruften es einfach mal. Wir warten gar nicht großartig lange. Oh, ja. Komm dich dran. Also, das hat mal gut funktioniert. Also es ist auf jeden Fall schön weich. Und es duftet unglaublich lecker. Hast du was anderes erwartet? Nein, eigentlich nicht, aber es duftet wirklich so gut. Auch vor allem der Sud hier, der ist so lecker. Die Zwiebeln da drin, die machen halt echt super, super lecker. Ich habe schon den Sud ein bisschen probiert. Ist schon geil. Schmeckt ganz anders als klassisches Pulled Pork. Aber es ist mega, mega lecker. Also es ist tatsächlich saftig. Das sieht man also sofort. Und es kommt ja auch noch mal Flüssigkeit mit dazu. So, das soll uns erstmal reichen. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Das Fleisch wieder da rein oder die Zwiebeln hier rein. Wir machen es mal so rum. Die Zwiebeln hier rein. Boah, guck dir das an. Das Schöne ist, die sind auch noch nicht total zerkocht. Die sind, die haben noch richtig schön Struktur. Wahnsinn. Und jetzt kann man natürlich auch nach Bedarf noch dosieren mit Flüssigkeit. Ob man jetzt noch ein bisschen mehr rein macht oder ein bisschen weniger. So, wir vermischen es mal hier. Mega, was für ein Dufter hochkommt. Unglaublich. Unglaublich. Herrlich. Ja, fertig ist unser Zwiebelpullpork. Das müssen wir natürlich noch probieren. Jetzt habe ich keine Gabel. Doch, ich habe eine Gabel. Eine große. Jetzt werde ich sehen, wie du die Gabel im Mund steckst. Ich glaube, ich stecke die nicht ganz im Mund. Das ist richtig geil. Das auf dem Burger ist der Hammer. Ist richtig gut. Oder Kartoffelpüree dazu. Kann ich mir auch super vorstellen. Einfach so weg essen. Oder einfach nur so. Ohne irgendwas anderes dabei. Es ist richtig, richtig lecker. Also, das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Einfach eine ordentliche Ladung Zwiebeln mit dabei. Und dann wird das schon werden. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen freundlichen Kommentar. Gebt mir einen Daumen hoch. Und abonniert meinen Kanal, falls es noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.